Und damit wünsche ich euch direkt herzlich willkommen hier zu einem weiteren Facts United Bundesliga-Orakel-Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingestellt hast hier zur Eröffnungspartie des 24. Bundesligaspieltags. So kann man es sagen, nämlich heute Abend Freitag die erste Partie der SC Freiburg empfängt zu Hause. Ja, den FC Bayern München. Der FC Bayern München ist zu Gast in Freiburg. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Partie. Das könnte alles werden. Das könnte so ein ekliges 1-0 für Freiburg werden. Das könnte ein 1-1 werden. Das könnte ein 2-2 werden. Das könnte auch ein 1-2 für die Bayern werden oder ein Torfestival für die Bayern. Das ist alles möglich hier bei der Partie. Die Bayern ja sehr unsicher unterwegs die ganzen letzten Wochen und Monate. Ich bin sehr gespannt auf diese Partie. Ich sage am Ende wird es ein 1-2 für die Bayern. Das ist mein Tipp. Was sagt ihr? Ab damit in die Kommentare. Dann schauen wir mal, was das Orakel sagt. Arne Engels, Irasi, Lubicic, Nübel, Förster, Damar, Zwanberg, Melem, Wahl, Juranovic, Cesko und Seguin. Somit 0-0 Freiburg gegen Bayern nach 45 Spielminuten. Die Frage ist, was passiert in der zweiten Halbzeit? Werden wir ein paar Tore sehen? Ja oder nein? Erstmal ist es St. Paulis Marcel Havel. Marco Reus bringt uns hier auch nichts. Tomiak bringt uns auch nichts. Nein, Kingsley, Kuhl, 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 Kuhl. Gegen Bayern. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.